so das heißt aber auch wir könnten hier drunter den eingang den könnten woanders dann hinsetzen minus 20 grad haben wir draußen hier werden produktionstempo draußen im schnee hier könnte man dann auch drinnen hinsetzen aber dann da noch schön holzboden reinsetzen geht nicht geht nicht das heißt ich muss den erstmal komplett rausreißen hier dann lassen wir den drin dann lassen wir den drin dann machen wir da ist die tür ja hat er muss boden ist rein da muss boden erst rein dann funktioniert das dann funktioniert das haben wir hier 20 grad drin ja ist in ordnung ist schön warm das ist schön war 100 prozent was kann man denn hier noch das können wir leben ziegel holz fermentieren dekorative banner schmales holzbanner mittelgroßes mittelgroßes ein schiff star einsteiger extra große bahn nach ja kommen was soll's was soll's so der ist am kochen der ist am kochen der frühling kommt so langsam die ist am essen könnten ja so langsam mal wieder hier ne da ist am kochen so wenn wir hier ans arbeiten kommen leute Damit die mal wieder ans Arbeiten kommen. Tür ist drin. So. Dann können wir. Dann können wir. Kalksteinfeuerstelle. Nicht genügend Ressourcen. Das heißt, wir müssten die da abbauen. Die abbauen. Damit wir drinnen dann bauen können. Okay. So. Da hin. Nicht genügend Ressourcen. Eisen. Ist doch Eisen. Also Eisen ist da. Also. Eisen ist da. Dann können wir hier. Die können wir auch alle abreißen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Die eine Treppe können wir auch abreißen. Da die Wände können wir auch abreißen. Die können wir auch abreißen. Brauchen wir alles nicht mehr. Ressourcen. Ressourcen. Wir brauchen Eisen. Dann brauchen wir Feuersteuererstelle. Die Räucherdinger würde ich mich gerne dann hinter das Haus stellen. Können wir ja da machen. Das funktioniert ja. So. Der ist fertig. Das heißt, wenn wir hier. Einen Balken ziehen. Dann da noch eine Tür rein machen. Funktioniert das auch. Und dann können wir da schön ein Dach drauf packen. Dann passt das. Dann passt das. Keramikwandregal. Bücher. Ich weiß ja nicht, wie man da dran kommen soll. Aber ist in Ordnung. Aber ist in Ordnung. Holzdach. Kannst du eigentlich nur so setzen. So. Ja. Ich weiß nicht. ja kommt doch kommt doch 80 90 und 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 wunderbar ein glicks gemüse mahlzeiten 50 mahlzeiten 50 so wenn das dach dann drauf ist da fehlt noch einer wunderbar können dann noch einstellen grimmiger schwach 1 1 1 unaufhörlicher strom von wölfen drang tappern zähnefletschen schon wieder schon wieder kommen die überhaupt hierhin und ich komme ganz hoch nur sich doch kommen wölfe da kommen wo wir sind die denn da sind die jetzt bräuchten die alle pfeil und bogen die bräuchten lang waffen so was macht stop 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 so der hat pfeil und bogen die ausrüsten du geht nicht die uhr hast noch gar nichts ausrüsten du hast ein spielzeug du hast auch ein spielzeug knüppel du hast auch ein spielzeug du brauchst ein schwert so wo sind die da unten sind die in dem loch ne in dem loch sind die stehe du hast auch ein spielzeug Das war's für heute. 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 Das war's für heute.